Hallo, herzlich willkommen zu Manuel am Abend extra. Ja, Folge 7. Ja, das Wetter ist herrlich. Wie man sieht, es wird auch schon dunkel. Ist auch noch ein bisschen bewölkt, aber das Wetter war heute, na, kann man sagen, in den Abendstunden, wie man es auch schon hört, ist es top. Aber trotzdem hat man gerade in Krankenlagen gehört. Ja, Manuel am Abend, Freunde. Ja, neue Folge, neues Abenteuer. Mal am Abend folgen, wird es natürlich auf jeden Fall geben, klar. Ich stehe hier oder, ja, genieße es ein bisschen. Habt ihr es gesehen? So schön sieht es momentan hier aus. Ja, ich werde mich jetzt auch wieder von euch verabschieden. Wir sehen uns sicherlich morgen wieder, jetzt mal am Abend extra, Folge 8. Bis dahin würde ich sagen, danke fürs Einschalten und ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.